Erst brennt es, dann folgt eine Explosion. Die Berliner Feuerwehr hat am Mittwochabend im Stadtteil Gesundbrunnen alle Hände voll zu tun. Das komplette Dach eines eingerüsteten Mietshauses brennt, anschließend knallt es. Offenbar ist ein Druckgasbehälter in die Luft geflogen, bestätigen die Rettungskräfte gegenüber DPA. Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilt, sind etwa 100 Einsatzkräfte vor Ort. Das Haus soll bewohnt sein, aber ob es Verletzte gibt und wodurch der Brand verursacht wurde, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt.